Hey Leute und hier ist auch schon das nächste Video von uns. Im Hintergrund seht ihr direkt schon mal eine kleine Vorbereitung waren Matchmaking FFA aufs ESL Tournament. Im Vorstellungsvideo haben wir schon gesagt, dass wir auch PGL 2v2 spielen, weil es die letzten Tage quasi war eine Menge los bei uns. Wir haben viel gezockt, viel gemacht und getan und geguckt und da ist uns auch das FFA aufgefallen und da haben wir direkt mitgemacht. Lief jetzt nicht so grandios für uns. Einmal richtig krasse Connection Probleme und ich war einfach zu schwach. Muss man ganz klipp und klar sagen, aber wir sind ja noch auf dem Weg, wir trainieren ganz hart und das denke ich mal wird schon. Wir wollen ja auch eine Menge ESL und PGL spielen, dann letztendlich die ganzen Cups und so weiter. Ist auch eigentlich schon quasi unser erstes Thema. Die ESL und die PGL. So. Ist in meinen Augen relativ leer geworden im Vergleich zu Halo 3. Früher haben wir auch Liga gespielt, da war die ja auch noch in Game Battles mit dabei. Da gab es ganz, ganz viele Teams. Da konnte man quasi um jede Uhrzeit immer was finden und ist heute einfach leider nicht mehr so und ich weiß nicht warum. Ich find's echt schade, muss ich wirklich sagen. Ja, ist uns auch in den letzten Matches, die wir gespielt haben, in den Ligen auch echt extrem aufgefallen, auch im Matchmaking. Klar, im Matchmaking soll es ja Dedicated Server geben. Das heißt, jeder hat eine Verbindung zum Server. Der Server macht quasi einen Netzwerkausgleich und alles soll so geschmeidig wie möglich beim anderen ankommen. Nicht so wie früher, wo es den Host gab, die Host Migration und so weiter. Ja, ist die Frage, ist es denn auch wirklich so? Weil auch gerade im Matchmaking haben wir ganz, ganz viele Probleme. Ja, ich habe letztens gelesen, dass 343 das mittlerweile auch schon weiß, dass viele Connection Probleme haben und angeblich wollen die sich da jetzt in den nächsten Wochen dran machen und das fixen, weil es ist ja teilweise echt unspielbar. Ja, sehe ich ganz genau so. Ist auch echt gut, dass sie das wissen. Weißt du ungefähr, wann das Update kommen soll? Also genaues stand da jetzt nicht. Ja, wie gesagt, die ganzen grundlegenden Sachen haben die ja jetzt schon mal gefixt. Ich denke mal, dass das jetzt so bald das nächste sein wird, wo die sich dran machen. Ja, bei uns war es auf jeden Fall so in den in den in den Custom Matches in der PGL zum Beispiel. Wir müssen ja oft gegen Amerikaner spielen. Ist auch so ein Ding, finde ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es in Europa Server gibt, aber ich merke auf jeden Fall nichts davon. Ja gut, Custom Games laufen ja sowieso noch über Host. Also da haben wir die Server nichts mit zu tun, soweit ich weiß. Ja, das stimmt schon, aber du musst ja, du hast ja keine direkte Verbindung zur anderen Konsole, vom Gegner quasi. Oder vom Host, besser gesagt. Du hast keine direkte Verbindung zum Host, sondern du musst ja erstmal über diesen Xbox Live Server, der ja in Amerika steht, den es nicht in Europa gibt, darüber musst du ja erstmal gehen. Und das ist ja auch der Nachteil für die Europäer, wenn man gegen Amerikaner spielt. Die Amerikaner haben ja einen viel kürzeren Weg zum Server quasi, zum Xbox Live Server, als die Europäer. Und deswegen kommen diese mega krassen Connection Probleme einfach zustande. Ich meine, bei manchen Spielern geht es wirklich. Das ist echt in Ordnung dafür, dass sie, dass das Amerikaner sind. Aber dann gibt es natürlich auch wieder die Kehrseite, bei denen es einfach überhaupt nicht läuft, wo kein Schuss connected und nichts passiert. Ja, und dann, da regen sich dann viele auf. Ist ja klar. Ja, das ist aber glaube ich auch, aber glaube ich auch ein Unterschied, ob es West Coast oder East Coast ist. Ja gut, also das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, wo die Server stehen, aber das ist halt so eine Vermutung von mir auf jeden Fall, was die Connection dann auch letztendlich angeht. Aber ich denke mal, das wird ganz oft schon diskutiert. Und ich glaube, wir sind ja uns als Europäer auch, naja, im Gesamten ziemlich einig. Es sei denn, man hat natürlich die übelste Glasfaserleitung, die bis bis ins Haus reingeht und zur Konsole am besten noch. Und dann hat man natürlich einen mega Vorteil. Siehe die Japaner in Halo 3. Ich glaube, da hatten wir damals auch ein Match. War es das noch? Ich glaube, das war auf Gießerei, wogegen die Japaner gespielt hatten. Ja, das ist mit das Schlimmste, was man erwischen kann. Schlimmer wie Mexikaner und Holländer. Holländer. Holländer habe ich auch noch ganz stark in Erinnerung. Die Holländer. Ich weiß nicht, woran das lag, aber es waren die Holländer. Ja, eigentlich macht das gar keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn, weil ich meine, es sind ja Nachbarn. Naja. Ja, eben. Ja, das sind also die Custom Matches in den Ligen. Und ja, wie wir eben schon gesagt haben, ich meine, den Großteil haben die jetzt schon gefixt. Allerdings auch jetzt auch wieder in den Custom Matches in der PGL komplette Abstürze vom Spiel. Ja. Man konnte nicht in die Lobby joinen. Man ist rausgeflogen. Die Teams können nicht gewechselt werden. Lauter so Sachen. Es ist mir einfach ein Rätsel, wie 343 da sowas hat machen können. Ich meine, das ist auch so ein Ding. Testen die Entwickler ihr eigenes Spiel vorher auch? Also ich meine, die zocken vielleicht die Kampagne und so weiter. Testen die das wirklich? Testen sie wirklich, ob der Multiplayer funktioniert? Klar, man kann vorher einigermaßen einschätzen, wie viel Traffic auf die Server einbricht, sozusagen, im Matchmaking. Genau kann man es natürlich auch nicht sagen. Aber es funktioniert ja nie was. Jedes Spiel, was wir uns kaufen, funktioniert einfach nicht. Und das ist extrem deprimierend. Aber wir wollen ja nicht so viel schlechte Energie versprühen. Naja. Von schlechter Energie komme ich leider jetzt auch nicht ganz so weg, weil ich habe heute ein Thema mitbekommen. In YouTube war zufällig habe ich auf einen Kanal geklickt. Und da ging es um die Netzneutralität. Da haben wir anscheinend in den nächsten Wochen, Monaten ein ganz großes Problem. Und zwar haben wir schon wieder das schwarze Schaf, die Telekom, die ja erst versucht hatte, Kunden zu drosseln, die Internetleitung zu drosseln. Nach so und so viel Gigabyte gibt es hier, keine Ahnung, 1000 Kbit oder so. Jetzt haben sie eine neue Variante aufgelegt. Also mich stört es extrem. Und zwar ist es so, ein Kunde besitzt eine 50.000er Leitung. Das reicht ja ganz, ganz dicke, um YouTube zu gucken, um Filme zu streamen und so weiter. Und jetzt gehen sie hin und sagen, alles klar, der Kunde zahlt. Okay, er hat die Leitung. Da aber das Netz und so weiter eine Menge Geld kostet, heul heul, in Anführungsstrichen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das Geld nicht reicht, was wir zahlen. Denn auch jeder andere, der bei einem anderen Anbieter ist, zum Beispiel Vodafone, Ovo2, Kabel Deutschland, Vodafone und Kabel Deutschland gehören jetzt zusammen, zahlt einen gewissen Teil seines Beitrags an den Provider, zahlt an die Telekom. Das heißt, die Telekom bekommt nochmal Geld, um das Netz auszubauen. Machen sie aber nicht. Warum auch immer. Also ich denke schon, sie machen es auf jeden Fall, was auch Kabel Deutschland und O2 macht, ist klar. Und so weiter. Also je nachdem, ich weiß jetzt nicht genau, wem die Netze alles gehören, aber die, die Netze besitzen, die bauen die auch aus. Aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und wir haben das Geld, und wir sagen halt, wir haben es nicht. Und deswegen wird jetzt die andere Seite quasi zur Kasse gebeten. Und zwar, sagen wir mal jetzt mal, eine bekannte Streaming-Plattform, ja, möchte, dass die Daten mit ordentlicher Geschwindigkeit zum Kunden kommen. Ja. Dann sagt die Telekom, ja, alles klar, da müsst ihr auch dafür Geld bezahlen. So. Wenn sie das nicht tun, ist es nämlich so, dass diese ganzen Daten tröpfchenweise beim Endverbraucher quasi ankommen. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Und führt dann eigentlich zu einem Zweiklassennetz. Ja, hier in dem Netz wird das angeboten. Wer so und so viel zahlt, kann das nutzen. Es ist nichts mehr frei. Es gibt nur noch große Plattformen, auf denen man sich bewegen kann, weil die kleinen Plattformen einfach nicht das Geld dazu haben, das dann zu zahlen letztendlich. Und ich finde, das ist einfach ein Unding. Wir sind so weit gekommen eigentlich mit unserem Netz und wollen jetzt zurück in die Steinzeit. Ich verstehe es nicht. Also wir wollen nicht zurück in die Steinzeit, aber sie wollen uns dazu drängen. Und dagegen, finde ich, sollten wir was tun. Und es geht auch einfach jedem Gamer was an. Weil ich glaube nicht, dass wir dann letztendlich, wenn sowas durchkommt, großartig zocken können. Beziehungsweise, dass wir einfach so spielen können. Klar, wir zahlen jetzt für Xbox Live, zahlen wir jetzt auch unseren Beitrag, um zocken zu können. Ist logisch. Ja, aber dann zahlen wir für den Monat dreifacher. Und warum? Weil Microsoft dann an die Telekom und Co. zahlen muss. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. Und deswegen habe ich unten in der Beschreibung gleich mal einen Link reingesetzt. Das ist eine Petition. Da könnt ihr dann mit eurem Namen, das kann auch eine Fake-E-Mail-Adresse sein, das muss nicht der echte Name sein. Da könnt ihr dann unterschreiben quasi, digital logischerweise. Und könnt einfach was dagegen tun. Nur wer nichts macht, kriegt auch nichts. So, und das ist jetzt eigentlich so quasi Schlusswort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn wir ein bisschen abgeschissen haben. Aber jetzt habe ich mit meiner Frust von der Seele geredet. Ihr könnt gerne alles kommentieren, was wir gerade gesagt haben. Ist gar kein Problem. Anregungen, vielleicht irgendwas, was ihr sehen wollt und so weiter. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Video ein. Bis denn!